Das ist ein lustiges Video, auf jeden Fall. Ohhhh... Mit der Neckflugel. Wartet Jungs, komm Aune. Ja, was? Du bist da vor uns. Oh mein Gott. Hey, what the fuck? Was war denn DAS? Also, was denn? Oh! 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 Wow! Wo kommt denn ihr her? Ihr Kackpratzen. Das muss ich mir nochmal anschauen hier. Das war ja ein Attentat. Ich fahr hier, ich fahr hier ganz entspannt, die Wand entlang. Da kommst du von einer anderen Seite. Oh, was macht denn der hier? Oh! Oh! Erstmal gerade eine Auswahl. Und eine Frontflugel. Ey! Mein Reifen ist ab! Ich hab ein Reifen verloren! Mann! Was? Ey, aber das war doch auch nicht voll geil. Ich hoffe mal, mir hat gerade keiner zugeschaut. Ich bin gesund, das jetzt. Ja. Wie kann es denn sein, dass du jedes Mal da stehst, wenn ich rauskomme? So ein blöder Hurensohn. Ey, ich bin ehrlich. Ich will hier die Strecke flairn. Ja? Und der blöde Spakor hat nichts anderes zu tun, außer zu warten, dass ich aus der Box komme. Sei es ehrlich, passt du überhaupt Poppys. Wie ist das? Wie ist das aus? Okay. Das gibt's doch nicht! Oh, okay, nee. Ihr seid doch scheiße! Fuck. 3-10-Hil verloren. Boot. Das ist der fucking Overtime? Glaube ich schon. Ooooooh, Müller. Oh, da ist es canern万. Oh, weil das spannend. Dert. 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 recht zu uns hat komplett für eine schaltung aber auch geschehen ganz woanders ich war richtig bei den afghanistan das geht hier in die schikale rein gott Alter, jetzt bremst du dich ja viel zu früh. Alter, jetzt bremst du die Dax ja viel mehr. Jetzt war mir so klar. Hey komm, das war ein super Manöver. Ja, weil ich es gesehen habe, ich gut Platz gelassen habe in der Mitte. Man sieht die Schilder nicht mehr so duft. Soll ich auf der Graden schnell als ich. Soll ich ja beide auf der Graden schnell als ich. Ah, könnte Corona. Ja. Soll ich dich nachfahren. Das war jetzt halt nichts. Komm, kenn ich. War gerade unkonzentriert. Oh! Ich habe so eine schiefe Lenkung. Du hast keine Nase mehr. Ach, ach, ach. Was mach ich denn für ein Schirms? Das wusste ich gar nicht. Bei mir hast du keine Nase mehr. Jaja, das macht schon Sinn. Das sieht man halt nicht. Das ist echt nicht. Das fällt mir nicht auf. Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auf. Oh Mann. Boah, das hat halt echt die schlechte Rundenseiten. Und ich habe jetzt auch noch ein blöd. Ja, das ist das. Und ich habe eine große Rolle. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, das ist ein Blöd. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Geh die. Würdet ihr mich bitte wieder aufstellen? Danke sehr! Alter es ist laut, mach dich wieder weg! Geh aber weg jetzt! Geh du nicht, ich bin die Schnecke fest! Danke. Man, die fällt so viel zu laut. Auf Temperatur. Als ob bei Wave einfach noch alles dran ist. Ja! Der Böller beschieben.